Das Originalmotiv von Pumuckl, wo der Pumuckl früher gedreht wurde und auch quasi Pumuckl zu Hause war, das war ein Hinterhof mit einer Scheinerei. Dieses ganze Gebäude wurde aber abgerissen nach der zweiten Staffel damals, Ende der 80er Jahre. Und wir hatten aber in unserem Konzept, in unserer Idee, dass der Pumuckl wieder in dieser Werkstatt sein soll. Nur gibt es einfach dieses Motiv nicht mehr. Die Werkstatt ist weg, der Innenhof ist weg. Wir müssen das irgendwo wieder aufbauen. Und da haben wir lange dann gesucht. Dann haben wir glücklicherweise am Stadtrand von München eine alte Industriehalle gefunden. Wir hatten dann wirklich ein ganz tolles Szenenbildteam, die dann mit ganz viel Liebe zum Detail sich eingegraben haben, in die alten Pläne wirklich die maßstabsgetreu, die es wieder aufgebaut haben. Ich bin der Artdirektor. Ich bin für den Bau im Prinzip zuständig. Wie der ganze Innenhof aussah, wie das im Detail gebaut war, habe ich dann zum ersten Mal grob visualisiert. Ja, und um den Pumuckl wieder zu beleben, dürfen wir jetzt das wieder möglichst originalgetreu wieder aufbauen. Es ist grundsätzlich so, dass wir erstmal mit Holz bauen für die grobe Struktur. Das sind Spanplatten, die auf einem Holzgerüst aufgeschraubt werden. Und dann steckt ganz viel Arbeit darin, dass eben die Malerinnen das auch lebendig machen. Weil natürlich, wenn man jetzt das Original-Pumuckl-Haus anschaut, das stand schon 80 Jahre, bis es gefilmt wurde. Das heißt, da werden auch auf die Spanplatten nochmal Putzschichten aufgetragen und dann viele Schichten Farbe und geheimnisvolle Zutaten, damit dann der Lack blättert und solche Sachen. Das ist alles ganz neu gemacht und ganz frisch und ganz gerade erkannt und ich versuche, dass es ein bisschen älter ausschaut. Es macht total Spaß. Es macht total Spaß.